Musik Heyo! Was geht ab meine Zuschauer und willkommen zu einem neuen TCG Opening auf meinem Kanal. Ich habe es ja im letzten Video, wo ihr mich mit diesem T-Shirt hier gesehen habt, habe ich das schon gesagt. Ich mache hier wieder so eine kleine Aufnahmesession. Hier liegen auch noch Produkte im Hintergrund, die wir in den nächsten Videos, die ich an diesem Tag heute aufnehmen werde, drehen. Wann diese Videos kommen, das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie es mit glänzendes Schicksal und mit Kampfstile läuft. Daher kann das sein, dass irgendeins von diesen Videos völlig random dazwischen ist oder dass die einfach schön hintereinander wegkommen, so wie ich es jetzt eigentlich geplant habe. Aber hey, wir wollen auf jeden Fall heute wieder was aufmachen und zwar haben wir heute, ich muss ja wieder fürs Thumbnail posieren, Moment. Und zwar haben wir heute eine Endynalos-Tinbox und damit das Ganze ein bisschen interessanter wird, haben wir hier noch ein paar Booster. Unter anderem auch einmal Farbenschock und einmal Weltern im Wandel. So, auf jeden Fall, ich bin wirklich, ich muss nochmal kurz Tim Shoutouten, der mir einen Großteil dieser Produkte getauscht hat, mit denen ich die Produktknappheit, die im Moment zum Standpunkt der Aufnahme im Mitte Februar herrscht, womit ich das alles so ein bisschen überbrücken kann. Ich bin ihm wirklich extrem dankbar dafür. So, wir haben hier als erstes die Endynalos-V-Promokarte, die, also wenn es um Promokarten gibt, gehört die definitiv zu meinen Favorites, weil die sieht mit dem Gewitter einfach ziemlich geil aus. Gönnt euch den Boxcode fürs TCG Online. So, hier haben wir die Booster, wir haben zweimal Flammende Finsternis, nochmal Welten im Wandel und Stunde der Wächter. Das heißt, wir haben heute in diesem, äh, in diesem Opening sogar zwei Chancen, die letzte Character Rare zu kriegen. In Farbenschock jagen wir natürlich weiterhin Amazing Rares und, ähm, in dem einen Booster von Swashy Base, das hier auch mit dabei ist. Vielleicht kriegst du es ja, vielleicht klappt es ja heute mit dem Wolf. Aber heute gibt es eine kleine Änderung in der Sortierung und zwar, da wir ja heute zwei Welten im Wandel-Booster haben, werde ich mir eins davon bis zum Schluss aufheben, weil da ist natürlich die Chance für einen Double-Hit-Pack auf jeden Fall sehr viel mehr gegeben und Last Pack Magic könnte, äh, da reinhauen. Ich habe ja mit Last Pack Magic wirklich schon ein paar Mal echte Glücksgriffe gehabt. So, wir haben Sonne und Mond, Stunde der Wächter. Ein Set, was man eigentlich schon fast als Vintage-Set zählen kann, meiner Meinung nach. Weil, wann ist das rausgekommen? Das war, glaube ich, das, äh, das zweite, das zweite Set aus dem Sonne- und Mondzyklus. 2017 oder so. Ja, ist krass lange her. So, wir starten mit einer Pflanzen-Energie. Wir haben wieder ein Koalilu, die Energie-Lotterie. Ein Wasserpflaster. Mascholo. Unratütox, wieder mal mit einem echt traurigen Artwork. Ein Botogil, der Botenvogel. Ähm, Miniras. Wir haben ein Schwalbini, auch mit einem schönen Artwork, wie es da über diese Insel fliegt. Wir haben ein Larmus als Reverse-Rare. Und wir haben wieder ein Tromborg. Yeah, wuhu, Party! Das war im letzten Opening, wo ich die Mortipod-V-Box aufgemacht habe. War das auch schon so. Da hatten wir auch als erste Rare, auch aus Stunde der Wächter, ein Tromborg. So. Welten im Wandel. Eine von zwei Chancen, die letzte Character-Rare zu ziehen. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Aber auch mal abgesehen von den Character-Rares, die ich versuche voll zu kriegen, äh, gibt es halt einen Haufen geiler Karten in diesem Set. Zum Beispiel Lillys ganze Kraft als Full-Art würde ich gerne nochmal ziehen. Die besitze ich zwar schon, aber in einem schlechten Zustand. Und halt sowas wie Blurack und Rishiram und was da nicht noch alles kommt. So, wir haben eine, ähm, Unlicht-Energie. Warum fällt mir das Wort Unlicht immer nicht ein? Insel-Wanderschaftsabzeichen. Wir haben eine Erika. Vibrava, ein Algit, Pikachu, ein Teddy-Osa, das Arceus hinterher glotzt, Nas Gneet, wir haben Leufeo, ein Evoli, keine Character-Rare und wir haben... What the fuck? Lurack und Rutena als Full-Art! Was? Oh mein Gott! Das ist ein Big-Pull, das ist ein richtiger Big-Pull! Oh mein Gott! Diese Karte wird sowas von in meine Sammlung gehen! Was? Ich hab keine Ahnung, wie viel diese Karte zum Standpunkt des Schnitts ist. Äh, wert ist keine Ahnung, aber... Was? Oh mein Gott! Gleichslieven, Alter! Damit hab ich im Leben nicht gerechnet! Niemals! 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 Niemals hab ich damit gerechnet! Oh mein Gott! Puh, ich muss mich erst mal beruhigen! Hab ich nicht gerade noch gesagt, Glurack und Rutena? Das ist ein Big-Pull! Das ist eine der besten Karten, die es aus dem Set gibt! Oder eine der wertvollsten, weil halt einfach Glurack drauf ist! Leute! Oh mein Gott! Oh, ich kann's kaum erwarten, das, äh... Tim zu zeigen! Der wird sich des Todes ärgern, weil die Produkte hab ich ja von ihm bekommen! Wobei, ich weiß nicht, ob das das Weltnam-Wandel-Booster ist, was er mir überlassen hat! So! Swashibase, wir machen weiter! Ähm... Psycho-Energie, Baldorfisch, Pokekind, Energiesuche, Kloptopus, Wombol, Kamehamehaps, Rihorn, Mikro, ein Rihorn und wir haben einen Tortonator! Leider kein Wolf dieses Mal, aber das ist mir jetzt heute mal so fast von egal, mit dieser Full-Art-Karte! Selbst wenn jetzt, ich mein, klar, es wäre natürlich schon ärgerlich, weil wir noch vier Booster haben, aber selbst wenn da jetzt nichts mehr rauskommt! Trotzdem, geiles Opening! Weil hier aus, äh, Flammende Finsternis kann ja auch noch ein Glurak rauskommen, das Glurak Remax, was ich übrigens auch noch nicht besitze und was auch in meine Sammlung raus, äh, reingehen würde! Und wir haben natürlich noch Farm-Shock, Amazing-Rares, aber auch da gibt es ein Glurak! So, wir haben eine Blitz-Energie, Gelatropo, Mortipod, Sonnphil, Weberak, Ignivor, Hippopotas, Golbit, Eneko, Kampfhandschuhe und wir haben noch eine Endynalos-V-Karte! Das Pendant zu dem, äh, zu der Promokarte! Das ist jetzt kein krasser Hit, aber es ist schön, weil dann sieht man hier mal für diejenigen, die es vielleicht noch gar nicht wussten, das hier, das linke ist die Promokarte, die ich auch geiler finde, halt mit diesem Blitz im Hintergrund! Und dann die Karte aus dem Booster! Also, nice! Definitiv! Ziemlich, ziemlich geil! So, wir haben noch mal Flammende Finsternis und dann kommt noch mal Farbenschock und Welt im Wandel, dass ich einfach das Glück habe, mal ein Glurak wirklich vor der Kamera zu ziehen, von den etwas krasseren! Das hätte ich nicht gedacht, weil ich habe ja sowohl meinen Rainbow-Glurak aus Weg des Champs, als auch das Shiny-Glurak aus Hidden Fates Off-Cam gezogen! Ich bin happy, jetzt bin ich echt happy! So, wir haben eine Pflanzenenergie, ein Sonnenfehl! Relikant, die Team Jeltröte, Knacklion, Pummeluf, Piculente, die nette Ente, die den rechten Flügel erhebt! Das ist gesetzeswidrig! Das geht nicht! Tobi, der die Kamera umschmeißt! Äh, Laukaps, Ähm, Flampior Taktas als Reverse Rare, okay! Und wir haben noch ein Pest-Kryodon! Äh, ich mag diese, also Es gibt coole Fossil-Pokémon, definitiv! Es gibt coole Fossil-Pokémon! Pest-Kryodon und Leck-Irgendwas-Don gehören nicht dazu! So, wir haben noch zwei Booster! Wir haben Farbenschock auf jeden Fall! Vielleicht gönnt uns ja Farbenschock auch noch was! Völlig egal! Irgendwas! Das wäre echt nice, weil die letzten Booster, die ich so im Laufe der letzten Tage und Wochen von Farbenschock aufgemacht habe, das waren alles Nullnummern! Ich glaube, ein Monte-Cao-V-Max war dabei, ansonsten nichts! Stahlobor, Planas, hä? Stahlobor mit Stahlenergie und dann kommt das Stahlobor? Okay! Zebritz, ähm, Fritzlblitz, Kloptopus, Waumball, Weimer, Rotomoth, Moruda-Bruder, wieder keine Amazing Rare! Und wir haben ein Terrakium, der Ritter der Nervigkeit, meiner Meinung nach! Welten im Wandel hat richtig, richtig krass gegönnt heute! Und ich komme mir nahezu absurd vor, wenn ich jetzt sage, können wir noch einen Hit ziehen, aber... Können wir noch einen Hit ziehen? Insgesamt sehr starkes Video, natürlich durch die Glura-Karte, wie könnte es auch anders sein! Ach, wisst ihr was, Leute? Ich, äh, gönne euch einfach mal einen Code von Welten im Wandel, weil ich heute so Peckluck gehabt habe! Und sollte ich jetzt nochmal was Krasses ziehen, dann, ähm, ja, dann gibt es auf jeden Fall noch einen Code! Gut, so, wir haben die Blitz-Energie, Klipprin, Anorid, Zirpeise, Tangela, Evoli, Zwirlich, Gott sind die Karten schlecht geschnitten, Schallquap, oh, eine Karte übersprungen, Schnäpfke, leider keine Character-Area, und wir haben nochmal einen Zwirfel ins Holo! So, jawoll, also insgesamt muss ich sagen, dieses Video war doch wirklich sehr, sehr stark! Natürlich, ähm, das Highlight ist natürlich die Glurak und Rutena-Full-Art-Karte, das ist klar, aber, ähm, ich bin letztlich völlig zufrieden damit, wie es heute gelaufen ist! Und wenn ihr das auch so seht, dann könnt ihr dem Video ja gerne einen Daumen hoch geben, den Kanal dort Esbjörn kostenlos abonnieren, das bringt euch was, das bringt mir was, mir bringt es was, dass mein Kanal weiter nach oben geht und ich dann auch geilere Videos für euch machen kann, und euch bringt es was, dass ihr keine Videos mehr von mir verpasst und, ähm, ja, ein Like und ein Kommentar sind natürlich auch immer gerne gesehen, ich lege auf eure Meinung wert, ich lese alles, ich kommentiere alles, außer es sind dumme Hate-Kommentare, dann mache ich mich über euch lustig! Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, bis dann, ciao!